Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreaker Andreas Kraus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Dass ihr noch dabei seid. Das ist schon erstaunlich. Ja, ich mache heute mal was ganz anderes. Ich werde mal ein paar Kommentare kommentieren. Denn auf das letzte Video, das ich hier veröffentlicht habe, zum Thema Rasenfläche reparieren, gab es wieder mal so ein paar Kommentare, die man vielleicht doch mal ein bisschen auseinandernehmen muss. Da steht zum Beispiel ein Kommentar. Für diesen ganzen Aufwand ist das Ergebnis aber ernüchternd. Also meine Rasenfläche sieht ernüchternd aus. Oder sieht die Fläche nur im Video so schlimm aus? Nein, die Fläche sieht wirklich so schlimm aus. Wie sieht sie jetzt aus? Wie sieht die Fläche jetzt aus? Ja, hier so, ne, gefilmt? Gar nicht so schlecht. Wir haben keine Sonne mehr, sonst wäre es noch besser. Kommen wir gleich noch zu. Dann der nächste Kommentar. Also, lieber Andreas, warum sieht dein Rasen eigentlich so schlecht aus? Mir kommt es so vor, seit du dich von den Profis beraten lässt, wird es allgemein schlechter. Vor Jahren hast du nix geschissen und deinen Dünger genommen. Seit der Beratung durch die Profis geht es bergab. Vielleicht ist es nur meine Wahrnehmung, aber es fällt auf. Neun Daumen hoch dazu. Ja, und dann immer der zweite Block solcher Kommentare zum Thema Werbung. Da schreibt wieder einer, es fängt wieder an mit Luxuswerbung. Lieber Andreas, da draußen geht es für viele Menschen finanziell nicht so gut. Er wollte schreiben, da draußen geht es vielen Menschen finanziell nicht so gut, um für solche Sachen mal 300 Euro hinzublättern. Ich habe es jetzt so ein bisschen übersetzt. So, wer so eine Werkstatt hat wie der Rasenfreak, also das ist der nächste Kommentar, und dann 300 Euro für so einen Schrott ausgibt, dem ist nicht zu helfen. Okay, ich glaube, das ist schon eine Kommentierung, wenn ich darüber lache. Ja, das ist richtig. Mein Rasen sieht schlimm aus, so schlimm wie nie. Wir gehen jetzt nochmal auf die Fläche, die so schlimm aussah, und dann reden wir weiter. So, ja, jetzt kommt noch gerade die Sonne durch, umso besser wird die Fläche. Okay, ja, da ist sie, meine Fläche, und sie ist immer noch schlecht, sie ist immer noch richtig schlecht. Und hier ist übrigens die Stelle, wo ich die Soden ausgetauscht habe. Wie ich ja im Video, glaube ich, gesagt habe oder nicht gesagt habe, die Soden waren nicht die besten, aber insgesamt sieht das Ergebnis gar nicht so schlecht aus. Das wird jetzt sehr schnell zuwachsen, und ich bin ja auch ziemlich drauf rumgetreten, und die Festuca Rupra, der Rotschwingel, der mag Stress überhaupt nicht und haut dann gleich ab. Ja, aber das ist jetzt Sonne, Freaks, das ist jetzt Sonne. Und wie sieht es aus? Das ist ein Punkt, über den ich mal ganz kurz reden möchte. Schaut euch bei den Videos die Schatten an. Schaut euch an, ob es sonnig ist. Schaut euch an, aus welcher Richtung, aus welcher Höhe eine Fläche gefilmt wird. Und man kann mit der Kamera, auch mit natürlich den Einstellungen in der Kamera, so viel kaschieren. Man kann eine Rasenfläche so toll aussehen lassen, bei dem richtigen Licht, bei der richtigen Kameraperspektive, mit den richtigen Filtern. Ich sage es mal so. Und ich zeige einfach euch auch mal eine Fläche bei schlechtem Wetter, wo die Sonne nicht scheint, wo wir von oben drauf filmen. Und dann sieht das auch richtig schlecht aus. Ich bin der festen Überzeugung, es gibt viele Rasenflächen, die sind wirklich super. Und meine Fläche ist wirklich schlecht. Und das möchte ich auch zeigen. Das möchte ich euch auch zeigen. Ich möchte auch mal zeigen, dass es nicht immer gut läuft. Und das liegt natürlich nicht an einer Profiberatung. Das liegt einfach darin, dass ich hier in diesem Jahr, bei diesen ganz schwierigen Witterungsverhältnissen, auch mal so richtig Pech hatte. Der Dollarspot ist ein ganz, ganz, ganz fieser Pilz. Eine ganz fiese Rasenkrankheit. Auch Schneeschimmel ist eine ganz schwierige Rasenkrankheit, die noch ein bisschen besser zu bekämpfen ist. Aber gerade der Dollarspot ist so richtig brutal. Und mich hat es jetzt, aus was für Gründen noch immer, aufgrund der Tatsache, dass dieser Pilz so mal so im Boden drin ist, und er ist in jedem Boden drin, aufgrund der Wetterverhältnisse, aufgrund der Tatsache, dass wir nicht da waren und den Tau nicht bekämpfen konnten, hat der Pilz mal so richtig zugeschlagen. Ja, und dann habe ich auch noch Fehler gemacht. Ich habe den Pilz noch verbreitet durch dieses Tauabwedeln danach. Auch durch das Mähen wird der Pilz verbreitet. Und dann ist das hier so massiv kollabiert. Und das passiert tatsächlich nicht nur bei mir. Das passiert auf Profi-Rasenflächen. Das passiert auf anderen Rasenflächen. Das ist natürlich gerade bei kurz geschnittenen Rasenflächen besonders kritisch. Da ist das Gras grundsätzlich natürlich schwach. Das Gras hat eine Schnitthöhe jetzt, ich hatte glaube ich schon 11 Millimeter Schnitthöhe. Jetzt bin ich auf 12 gegangen. Eine 11 Millimeter Schnitthöhe, das ist weit weg von normalen Rasenflächen Schnitthöhen. Das ist was eben für Freaks, das sage ich immer so ein bisschen. Das ist extrem. Und da kann das Gras sehr schnell mal wirklich stark geschädigt werden. Und wir haben im privaten Bereich keine Möglichkeiten. Wir dürfen keine Fungizide, also keine Pilzbekämpfungsmittel verwenden. Das ist im Profibereich noch ein bisschen anders. Da haben die noch mehr Möglichkeiten. Hier kann man wirklich dann nur ganz konventionell, ganz konservativ vorgehen. Indem man eben tatsächlich versucht, den Tau zu bekämpfen. Indem man versucht, tatsächlich ein bisschen mit mehr Stickstoff zu arbeiten. Hat bei mir nicht viel gebracht. Dass man versucht, natürlich auch mit zulässigen Mitteln wie Eisen-2-Sulfat so ein bisschen den Pilz abzutöten. Ja, im Rahmen der Möglichkeiten. Aber bei mir war das dieses Mal so massiv, dass ich immer noch damit kämpfe. Nach Wochen immer noch damit kämpfe. So ganz langsam regeneriert sich die Fläche. Aber es dauert einfach. Und das möchte ich dann auch mal zeigen. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass wir hier grundsätzlich alles falsch machen. Ich mache Fehler, keine Frage. Machen wir, glaube ich, alle. Und ich bin noch nicht da der absolute Superprofi. Es gibt andere, die sind da sicherlich viel, viel, viel besser noch drauf und auch vielleicht viel konsequenter. Es ist Rasenpflege, hat auch sehr viel mit Konsequenz zu tun. Mit ganz regelmäßiger Pflege. Mit wirklich, also jetzt zum Beispiel das ein Thema, eine Biostimulantien, Algenextrakte, Silizium. Also gerade Silizium. Das ist wirklich ein Mittel, was funktioniert, was hilft. Aber das muss man auch konsequent alle zwei Wochen auf die Fläche streuen. Oder sprühen. Alle zwei Wochen. Da muss die Spritze raus, da muss die gefüllt werden, da muss gesprüht werden, da muss das Wetter passen, da muss das Zeug richtig auch ins Blatt reinkommen, reingezogen werden. Alle zwei Wochen. Und da muss die Spritze sauber gemacht werden. Da bin ich tatsächlich auch nicht so ganz gut. Tatsächlich. Nicht so ganz konsequent. Das ist, ich bin schon mehr als genug auf dieser Rasenfläche. Und dann entsteht natürlich der Eindruck, wie auch einer hier schreibt, für den ganzen Aufwand ist das Ergebnis aber ernüchternd. Ja, tatsächlich. Aber der Aufwand müsste tatsächlich bei solchen Extremsituationen noch viel höher sein. Okay. Natürlich habe ich auch Prinzipien. Gerade das Thema der Disturbance-Theorie. Also der Idee, dass man den Rotschwingel fördert. Ein Gras, das sehr wenig Stickstoff benötigt, das mit sehr wenig Wasser auskommt, das tiefe Wurzeln ausbilden kann. Ein Gras, das der direkte Gegenspieler der Poa Anua ist. Das war ja meine Idee, die Poa Anua hier zu verdrängen. Und die Poa Anua habe ich hier wirklich extrem gut verdrängt. Es ist kaum noch Poa Anua auf der Fläche. Das ist der Wahnsinn. Ich habe sehr viel Festuca auf der Fläche. Aber die Festuca, wie die Agrostische Lunifra, ist halt eben sehr anfällig bei Pilzinfektionen, bei Dollarspots, bei... Ich laufe mal ein bisschen rum. Bei Dollarspots, bei Schneeschimmel. Und das Gras war hier jung, frisch eingesät. Und da ist das dann einfach mal hier auf dieser Fläche total kollabiert. Wir gehen nochmal auf die Ostfläche. Da ist auch die Festuca Rupra angesät. Aber nicht diesen Herbst, sondern vor einem Jahr. Und wir gucken uns jetzt die Fläche mal an. Ja, das ist alte Fläche, alte Fläche. Und hier ist die neue Fläche. Rechts der schlechte Boden, hier der gute Boden. So, und jetzt guckt euch das hier mal an. Erstmal, keine weißen Flecken. Keine weißen Flecken. Ja, wir haben jetzt eine kleine Mischvermischung mit der Agrostische Lunifra. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber hier, reine Festuca. Reine Festuca Rupra. Ich muss das mal nochmal genau nachgucken. Also die Fläche ist jetzt über ein Jahr alt. Und ist so viel robuster. Grün. Jetzt ist ein bisschen Dünger drauf, ich habe gerade gedüngt. Grün. Ohne irgendwelche Pilzinfektionen. Das ist genau, ich meine, ich renne ja auch hier längs. Und direkt daneben, hier auf der Steloniferer-Fläche, da haben wir sie schon noch, immer noch. Hier, die Dollarspots. Die ist tatsächlich hier, diese alte Steloniferer, ist hier tatsächlich deutlich anflächiger. Aber hier, die neue Fläche, die sieht super aus. Und das wird auch mit ein Grund sein, dass eben das junge Gras natürlich noch schwach ist. Die Wurzeln sind nicht tief ausgebildet. Das ganze Blatt ist noch, ja, jugendlich, jung. Und natürlich dann auch sehr leicht krankheitsanfällig. Also auch wie Kinder, ne? Die kriegen ja auch aus dem Kindergarten alles mit. Und das ist eben auf der Anhaltfläche aus meiner Sicht eben an dieser Stelle auch passiert. Das liegt nicht am Boden. Der Boden ist total sandig. Das liegt sicherlich daran, dass ich mit wenig Stickstoff arbeite, dass ich eben hier dieses Prinzip verfolge, die Festuka zu fördern und damit die Poa Anua zu verdrängen. Das ist dann auch nicht ganz optimal. Aber das ist eine, ja, das ist, wie nennt man das? Eine, komm ich nicht drauf, Strategie. Natürlich eine Strategie. Ja, und die Strategie ist eben tatsächlich, dass ich eben sehr vergleichsweise wenig Stickstoff dünge. Ich habe jetzt gerade meine letzte Düngung hier auf die Fläche gebracht. Wie gesagt, gestern am 30. September den Nero-Mix K mit 4,012, also 4% Stickstoff, 12% Kalium. Also eine kaliumbestonte Düngung ohne Phosphor. Und das ist halt genau die Strategie. Damit habe ich dieses Jahr insgesamt 13,5 Gramm Stickstoff auf diese Rasenfläche gestreut. Insgesamt 13,5 Gramm. Und das ist so tatsächlich so für, ja, das ist eigentlich schon relativ viel für die Festuka. Aber das ist für die Kombination aus Festuka Rupra und Agroschisch Lunifera, also für den Rotschwingen und das Flechtstraußgras, ist das eigentlich so die untere Range für den Stickstoffanteil. Andere Gräser brauchen viel mehr Stickstoff. Und die POR-Anwar, die findet das überhaupt nicht lustig. So, und jetzt kommen wir zum Thema Werbung. Ich habe ja gerade wieder von einem Produkt gesprochen. Und deswegen habt ihr sicherlich am Anfang des Videos gesehen, unterstützt durch Produktplatzierung. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auf das Thema Werbung. Vielleicht interessiert das auch den einen oder anderen Kollegen, Influencer, YouTuber, wie das mit der Werbung ist. Da gibt es nämlich ganz klare Regeln und die erzähle ich euch jetzt. Die Werkstatt ist natürlich vollgestopft mit Produkten, die ich von Firmen gestellt bekommen habe. Genau. So, ja, hier sind meine ganzen schönen Rasenmäher, mein Erifizierer, mein Sprühgerät, diverse Sichel- und Spindelmäher. Da stehen noch mehr Geräte hier. Ihr kennt sie alle. Ich mache mal die Tür zu. So, ja, tatsächlich, tatsächlich. Viele dieser Geräte habe ich im Zuge einer Kooperation mit einer Firma gestellt bekommen. Da freue ich mich super drüber, wenn eine Firma auf uns zukommt und sagt, hier, hast du nicht mal Lust, ein Produkt zu testen? Angefangen bei Swartman, mit dem wir das dieses Jahr noch mal gemacht haben. Ja, dann war hier natürlich auch der Falkenstein dabei von Rasenspecht. Dann hatte ich früher mal hier mit Sabo eine Kooperation. Natürlich die Mulchmaster, das war auch eine Kooperation. Dafür sind wir teilweise bezahlt worden, uns sind die Produkte zur Verfügung gestellt worden. Ja, und dann, guckt euch unsere Videos genau an, dann steht da selbstverständlich irgendwo auf der Bildfläche das Wort Werbung oder Werbesendung oder unterstützt durch Produktplatzierung. Und zwar dauerhaft oder zumindest genau dann, wenn das Produkt im Bild ist. Und das muss man auch so machen, da muss man auch sehr, sehr, sehr korrekt sein. Denn es gibt einen Leitfaden der Medienanstalten, basierend auf gesetzliche Vorgaben für Influencer, für Online-Medien, also ob das das TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch oder was auch immer ist, gilt für alle diese Plattformen, gilt für alles, was wir online, und da wird genau gesagt, wann muss ich als Influencer, als YouTuber, wann muss ich etwas kennzeichnen und wann nicht. Und grundsätzlich ist die Regel ganz einfach. Wenn ich in irgendeiner Form unterstützt werde von einer Firma, mir wird das Produkt gestellt, ich kriege dafür Geld, wenn ich das Produkt zeige, ich habe vielleicht auch irgendein Affiliate-Programm oder irgendeinen Rabattcode für euch, ja, dann ist es Werbung. Wenn ich mir aber so ein Gerät selber kaufe, der für selber Geld ausgegeben habe, wie zum Beispiel für diesen Sohnstecher, für 300 Euro, die habe ich selber ausgegeben, die 300 Euro, weil ich darauf Bock hatte, weil ich Spaß hatte, mir so ein Gerät zu kaufen, weil ich auch Spaß habe, euch so mein Gerät zu zeigen, dann ist das keine Werbung. Ich sage natürlich, was das Ding kostet, und da kann man sich drüber aufregen, ob ich 300 Euro ausgeben darf oder nicht für so ein Gerät, aber das ist mal eine ganz eigene Sache. Auch der Stiel, dieser Stielrasenmäher, du kannst ja mal runterschwenken hier, dieses Gerät hier, dieser, jetzt sage ich mal ganz coole, Stielrasenmäher mit Weizenantrieb, den haben wir, meine Frau ist ja die Chefin, den haben wir. Oh, ich habe dir erlaubt, ihn zu kaufen. Du hast mir erlaubt, ihn zu verkaufen. Genau, die haben wir aus unserem Geschäftsbudget gekauft, diesen Mäher, weil ich einfach Bock drauf hatte, weil ich dieses Gerät cool fand. Und dann macht es mir auch unheimlich Spaß, euch so ein Gerät zu zeigen. Den Solo-Ball Alkohlasenmäher, ja, das war ein reines Werbevideo. Also, ich verlinke euch hier diese Broschüre. Da gibt es so eine Kennzeichnungsmatrix, da ist das super klar und super eindeutig aufgeschrieben. Wen das interessiert, kann da gerne mal reinschauen. und jeder, der tatsächlich Videos macht oder bei Instagram und Co. irgendwas produkttechnisch zeigt, der sollte sich genau überlegen, ob er es richtig macht und wie er es, oder er sollte, ich sage mal, er sollte schon wissen, was man machen darf und was nicht. Und jetzt komme ich ein bisschen Lehrmeisterlich rüber. Ja, aber dann ärgert es mich eben schon, wenn dann Leute schreiben, hier, wie war das hier am Anfang, wo ist der Zettel da? Ja, ähm, jetzt, es fängt wieder an mit Luxus-Werbungen. Ja, und wenn es natürlich dann auch manchmal so richtig komische Kommentare gibt, dann schreibe ich tatsächlich jetzt ab und zu unter so einem Kommentar runter, dass immerhin, solange es hier nicht persönlich beleidigend ist, jeder gerne seine eigene Meinung hier unter meine Videos schreiben darf, wird da auch nichts gelöscht. Übrigens nur, wenn ein Link auf irgendwas anderes, ein Link in eurem Kommentar drin ist, dann wird der erstmal gesperrt, weil ich ja nicht weiß, auf was für dubiose Seiten da irgendjemand verlinkt. Also Links gehen nicht in einem Kommentar, weil sonst lassen wir eigentlich jeden Kommentar zu, solange ich hier nicht oder wir nicht beleidigt werden. Und dann schreibe ich halt eben... Oder jemand anders. Oder jemand anders beleidigt wird, natürlich, das geht ja auch schon gar nicht. Also da habe ich auch einen gelöscht. Das ist ja noch schlimmer, wenn jemand anders beleidigt wird. Gut, das geht gar nicht, aber sonst lassen wir schon die Kommentare zu, dann halten wir uns meistens mit irgendeiner Stellungnahme zurück. Aber was ich dann ab und zu doch mal schreibe, ist, dass ihr eben meine Videos nicht schauen müsst. Wenn einer, jetzt sage ich mal, eine andere Form von Garten liebt, dann verstehe ich nicht, wo er mal einen Rasenfreak kann, als ich anschaue, wo es nur um Rasenflächen geht. Okay, ja, es gibt natürlich viele, die die Welt verbessern wollen und das ist ja auch nicht falsch grundsätzlich. Und wir denken auch immer darüber nach, dass man natürlich schon irgendwo dann gleich Gewicht halten muss und ob das, was wir tun, immer alles so richtig ist. Also da beschäftigen wir uns schon sehr ernsthaft mit. Aber ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie rechtfertigen. Jeder soll darüber denken, wie er möchte, aber seid zumindest nett und freundlich und sachlich vor allen Dingen. Und wenn ihr irgendwelche Argumente, Ansichten habt, dann schreibt auf, wo diese Argumente und Ansichten herkommen. Das finde ich ganz besonders wichtig und fair. Was ist eure Quelle, wenn ihr es besser wisst, als wir es tun? Ich lerne gern dazu. Und das soll jetzt hier das Ende des Videos sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran, kommentiert mich gerne, wenn ihr das cool findet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.